Sie möchten ein digitales Event oder eine bisherige Präsenzveranstaltung in Zukunft online durchführen? Dann brauchen Sie vor allem zuverlässige, schnelle und funktionsfähige Übertragungstechnik. Im Cityforum Euskirchen gibt es jetzt ein Fernsehstudio, das genau das bietet. Und damit Sie sich mal anschauen können, welche Möglichkeiten hier auf Sie warten, kommen wir einfach mal rein. So, und hier drin können wir uns mal anschauen, welche technische Ausstattung wir für Sie vorbereitet haben. Zum einen haben wir hier das Podium. Mit der entsprechenden Kameratechnik nehmen wir das ganze Podium, einzelne sprechende Personen oder eine Personengruppe ins Bild und übertragen die Aufnahmen direkt in die Videoregie. Das Podium können Sie für jegliche Art der Kommunikation nutzen. Für Meetings, Konferenzen und Versammlungen mit Schwerpunkt auf die Kommunikation in eine Richtung oder auch interaktiv mit Rückkanal. In diesem 120 Quadratmeter großen Studio gibt es natürlich noch viel mehr Ecken. So zum Beispiel das gemütliche Wohnzimmer, diese Sitzecke. Wir gehen weiter, es gibt nämlich noch mehr zu entdecken. Und zwar haben wir gegenüberliegend hier im Studio den sogenannten Greenscreen. Der ein oder andere wird den schon mal gesehen haben. Eigentlich hat ihn jeder gesehen, beispielsweise im Rahmen einer Wetterkarte. Das hier ist der berühmte Greenscreen. Und hier kann ich stehen, ob so wie ich es gerne habe, in Köln vorm Dom auf dem Domplatz oder in Frankfurt über der Skyline schwebend, vielleicht auf einer Blumenwiese oder wenn Sie möchten auch in einer Bücherei, in einer Bibliothek. Sie können sich individuell festlegen, wo denn Ihre Präsentation stattfinden soll. Und hier stehen wir jetzt im Herzstück der ganzen Installation. Der Regie für Bild, für Ton, für Licht. Ob es jetzt über Videokonferencing-Tools geht wie Zoom oder wie Teams oder wie Team-Meetings oder ob wir hier über das passende Licht reden, ob wir über den passenden Bildausschnitt reden. Alles das passiert hier. Hier laufen alle Fäden zusammen und hier wird alles aufbereitet, damit Ihre Präsentation, Ihr digitales Event so wird, wie es sein soll, nämlich erfolgreich. Vielen Dank.